Wuuuh! Yeah! Landung erfolgreich! Oh mein Gott! Okay, haben wir es geschafft. Lebst du noch? Geht's dir gut? Alle guten Mars noch dran? Wunderbar. Leute, damit erhalten wir kommen zu einer neuen Folge Minecraft und willkommen zu unserer Hacker-Menschen. Flo, die habe ich mir gerade neu gekauft, okay? Von meinen eigenen Smarakten habe ich diese Menschen erworben. Noch eine, ja. Das ist meine Hacker-Menschen. Die habe ich einen Hacker abgekauft. Irgend so ein slowakischer Hacker oder sowas, der alle Minecraft-Server gehackt hat und alles, genau. Und ja, wir sind gespannt, was hier so passiert, oder? Flo, guck mal, der hat hier ein Maserati stehen, oder? Ganz soft. Oh mein Gott, ist das schnell! Ich weiß nicht. Was ist das für ein Auto? Das ist keine Ahnung. Die interessiert mich auch nicht für ein Auto. Das kannst du nur haben. Ich nehme das Pony, falls der eins hat oder so. Ja, Leute, genau. Das ist auf jeden Fall die Mention. Wir gucken gleich mal rein. Ich würde sagen, wir können erstmal hier aus und so ein bisschen rumschauen. Wow! Danke, dass du mich umfährst. Ist eigentlich ganz nett. Oh mein Gott. Wir haben hier eine Kiste mit leckeren Energy-Drinks. Das hat er uns scheinbar so als Nettigkeit hier hergestellt. Ist doch nett, oder? Du kannst den Kaviar und die Hamburger haben, Flo. Die muss ich nicht essen. Echt ein Mist. Oh mein Gott. Guck dir mal, was hier alles drin ist. Yes! Was? Full Netherite einfach. Und richtig viele gute Enchantments haben wir hier. Mega, mega cool. Können wir auf jeden Fall nachher anziehen. Vor allem wie hat der das gehackt, dass er die Sachen kriegt? Keine Ahnung. Ich bin ja kein Hacker. Da fragst du jetzt gerade die Falsche. Okay, lass mal zum Menschen gehen und dann schauen wir mal rein, was da alles so ist, okay? Guck nicht nach links. Was hast du mit dem Auto gemacht? Kann man damit unter Wasser auffahren? Die Bremse ist nicht die Beste. Oh Mann. Ja, kann man. Warte, was ist hier? Weiß ich nicht, was ist das? Augenscanner? Er scannt mich? Okay. Yes! Was? Nice! Weil mir die Menschen gehört. Wahrscheinlich haben die irgendwie meine Pupillen eingespeichert oder sowas. Ja, nice! So, zack, mach mal zu hier die Tür wieder. Ja, rein gehackt meinst du. Ja, möglicherweise hat sie das getan. Okay. Aus Grundstaaten. Jetzt gehen die Türen wieder zu alle. Flo, jetzt bist du gefangen. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Was? So, was haben wir hier alles? Spielen! Wir haben hier so einen Billardraum. Können wir Billard spielen? Oh mein Gott! No! Wir können hier... Oh mein Gott! Okay, jetzt bist du dran. Ich hab die Gelbe versenkt. Hast du gerade schon gemacht? Warte, warte, warte! Was hast du getan? Und? Und jetzt? Warte, warte, warte! Okay. Go! Nein! Oh! Ah, man muss von der Seite anfangen. Game! Ja, game war mir versenkt. Weißt du was? Das mach du einfach. Und rot. Ich guck hier mal weiter, was man hier so kaufen kann. Ich hätte gerne... Oh ja, Erdbeeren. Aber ich hätte auch gerne diese Diamantblöcke. Siehst du das? Die Lucky Blocks da oben. Die sehen ja cool aus. Hol du mal ein paar von den Lucky Blocks. Und ich guck mal weiter. Haben hier noch Billard-Sachen? Ich glaub, man muss diese Cash-Maschinen auch irgendwie mit Karte zahlen oder sowas. Nur... Credit Card. Im eigenen Haus. Ja, stimmt. Die haben wir selber befüllen lassen, quasi. Okay, wo geht's hier lang? Wir haben hier vorne ein Zimmer mit einem Bett. Das ist sowas wie das erste Zimmer, glaub ich. Was hast du, Flo? Okay. Hier ist so eine... Hier kannst du Space Abader spielen. Warte mal. Nein! Du bist hier unten und du kannst... Nein! Was? Game over! Ja, weil ich mich umgedreht hab. Yes! Okay, warte. Jetzt kann ich ja... Grün ist... Starten oder wo ist Starten? Jaja. Auf den Grünen? Okay, Start. Alles klar. Let's go! Schieß die ab! Ja, ich mein schon! Komm schon! Oh mein Gott! Wartest da gerade einer durch? Du bist besser sich! Oh, der ist schwer. Pass auf! Oh, no, 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 no! Nein! Okay. Das war's dann wohl auch für mich. Okay. Warte, wo warst du hier hinten, gell? Ja, da hinten sind noch ein paar Räume und so. Aber ich glaube, das wirklich Geheime befindet sich nämlich unter uns in der Hacker Base. Hier haben wir auch noch so ein paar Sachen in der Hacker Base. Hier haben wir auch noch so ein paar Sachen in der Hacker Base. Du kannst ja auf jeden Fall was nehmen. So eine ausgestellte Leather- und Tierrüstung. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam in die geheime Untergrund Base. Okay? Oh! Komm mit! Denn da sind die größten... Wer ist oben schon so cooles? Der Hacker, yeah! Ja, ja. Hier haben wir einen Ender-Portalraum. Für ein End für zu Hause. Willst du mal eben den Ender-Drachen besiegen? Äh, lieber nicht. Okay. Da vorne ist ein Nether-Portalraum. Also hier kann man in den Nether gehen. Richtig cool, dass man das hier alles in einem Haus hat. Dann haben wir ja noch andere Räume anscheinend. Ich weiß nicht, wofür die gut sind. Kann man mal gucken. So, ich nehme mir jetzt hier erstmal schnell einen Energy Drink. Let's go! Damit bin ich auf jeden Fall schnell unterwegs. Und hier ist der Fahrstuhl und der führt uns nach unten. Lass mal ganz unten gucken, was hier ist. Noch weiter unten? Ganz, ganz unten sind wir jetzt. Wir sind, glaube ich, bei so einer Art Mine oder sowas angekommen. Warte mal. Was kann man hier machen? Oh mein Gott, guck mal, wie viele Dias und so ein Kram hier ist. Was? Richtig krass. Hey, was isst du die ganze Zeit, dass du so schnell bist? Ich habe Energy Drinks. Willst du auch ein paar? Hier, zack. Kannst du ein paar Energy Drinks von mir bekommen. So würde sehr... Weißt du, was ich gerne mal machen würde? Ich würde gerne mal gucken, wie gute Spitzhacken sind, die wir haben. Ich glaube, die sind ziemlich gut. Oh ja, ja, ja. Wir haben Effizienz 200. Effizienz 200. Guck mal, hier ist Diamanterz drin. Lass mal schauen, wie es hier läuft. Ich mache mal ein bisschen Erz hier hin. Let's go! Oh mein Gott! Warte, was? 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 Ich brauche das nur einfach anklicken. Warte, wie viele Stacks Dias habe ich schon. Never! Oh, wir haben Glück auch noch. Wir haben richtig viel Glück. Guck mal, bei dem riesengroßen Block, den ich gerade mache, einfach mal gedrückt lassen. Oh mein Gott! Oh mein! Yes! Ich kann die gar nicht alle tragen. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventat, Flo. So, das war mit Diamanten! Was soll ich damit? Ich kann nicht stoppen! Ich kann nicht stoppen! Weg damit! Komm Flo, wir verbrennen einfach die Diamanten. Mal gucken. Oh. Pfff! Was war so da? Da geht es jetzt wieder nach oben und... Oh, guck mal hier. Hier haben wir noch ein paar Emerald-Blöcke, die können wir uns ja auch gleich mitnehmen. Und Schalker-Boxen. Mit Superspeed. Warte mal, was passiert, wenn man mit dem Schwert jemanden schlägt? Nein, warte, warte. Nein, nein, nein. Okay, noch nicht. Das heben wir uns für später auf. Let's go! Lass uns mal schauen, wo wir noch hin können. Hier vorne sind... Oh, Aufzüge. Okay, sehr nice. Wow! Hier geht es raus. Waren wir schon auf der Hinterseite des Hauses? Nee, oder? Du kannst die Tür nicht einfach kaputt machen, Flo! Ey, wie cool! Ja, ich habe es probiert. Oh, yes! Guck mal, was wir für einen großen Pool haben! Ich gehe schwimmen! Ich gehe schwimmen! Wie nice! Ey, richtig schön! Und wir haben hier ein Jacuzzi! Guck mal! Das ist, glaube ich, der größte Jacuzzi, den ich je gesehen habe! Wie cool! Wir haben hier einen Golfplatz hinten! Wir haben einen Golfplatz? Also, die fünf Smaragde, die ich hier für das Haus gezahlt habe, die waren echt wert! Oh! Mit so einem Hühnchen! Was? Wait! Wirklich? Okay! Machen wir einen hin! Ein Golfhuhn! Eins! Warte, ich bin dran! Okay! Okay! Zwei Schläge! Ich bin mit! Drei! Drei Schläge! Komm schon! Vier! Fünf! Und... Und... Nein! Es ist zu weit! Es ist zu weit! Sechs! Und jetzt kommt schon, Huhn! Yay! Sieben Schläge, bis das Huhn drauf war! Jawohl! Ja! Puh! Hast du gesehen? Ja! Es ist irgendwie... Die Spot oder sowas! Der Rückstoß! Okay! Sieben Schläge, jetzt bist du dran! Ernsthaft! Okay! Mach das Huhn hin! Das ist Huhn! Let's go! Okay! Aber nicht mal hypolieren, gell? Was soll ich denn mal hypolieren? Was? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Was? Wie? Mein Huhn ist nie so weit! Oh oh! Zwei! Zwei! Warte! Mit Sprinten! Drei! Warte! Okay! Ich glaube... Vier! Ah! Überschuss! Komm schon! Nein! Nein! Du fünf Schläge! Schnell hast du! Okay! Richtig gut Flo! Ey! Mega cool! Das ist wie so... Nein! Nein! Oh! Meine Rüstung! Was? Ich bin gestorben! Weil ich dich geschlagen habe? Weißt du was? Vergiss! Jetzt ziehe ich auch meine Rüstung an! Jetzt reicht es mir! Mein Netherite Sword wird hier in die Hand genommen! Und dann geht's los! Aber lass uns erstmal noch nach oben schauen! Wir waren noch nicht oben! Flo, du kannst den langweiligen Leiter hier nehmen! Ich nehme mal den wunderschönen, eleganten Aufzug! Oh! Das ist der falsche! Nein! Das war der falsche! Okay! Ich nehme den Fehlaufzug! Sehr schön gut! Okay, du bist schon da! Alles klar! Yes! Wir haben hier wieder einen Billardtisch! Sehr, sehr nice! Da hinten ist irgendein Knopf! Den müssen wir nachher mal ausprobieren! Was haben wir hier vorne? Oh! Ein riesiger Fernseher! Der ist ja wirklich gigantisch! Oh mein Gott! Nice! Was haben wir noch? Guck mal, hier geht es noch ganz oben! Hier sind unsere Beacons! War nicht irgendwo ein Helikopter? Ich würde auch gerne mal Helikopter fliegen! Ja, ja! Da hinten! Hinter dem Beacon! Ist hier ein Pool! Hier ist noch ein Pool! Guck mal! Wir haben sogar Dachpool! Wie viele Pools! Warte, stimmt! Da ist der Helikopter! Okay, ich komme hin und dann probieren wir mal aus, wie gut wir im Helikopter fliegen sind! Alright! Und zack! Okay! Yeah! Nicht schlecht, oder? Oh! Ich lande mal auf dem Dach hier und du kannst mal oben zu den Beacons kommen! Oh mein Gott! Ich hoffe ich schaffe das! Zack! Ja! Gut gelandet auf jeden Fall! Nicht abstützen! Nein! Guck mal, du kannst jetzt auch mal Helikopter fahren! Helikopter fahren! Fliegen mal hier natürlich! Oder du kommst... Oh mein Gott! Komm her, Flo! Okay! Ich habe nämlich vorne einen Knopf gesehen und den würde ich gerne mal drücken! Den grünen! Ne, das ist ein Smaragdblock und da ist so ein pinker oder so ein lilaner Knopf drauf eigentlich! Was denkst du, was passiert? Ich glaube, das ist der Selbstzerstörungsknopf! Werden wir die Menschen sterstören? Freunde, werden wir diese Hackermensen hier heute offiziell in die Luft springen? Wir werden es sehen! Bäm! Nö, nix passiert, oder? Huh? Da vorne! Warte, was? Der Berg wird gesprengt! Nein! Nein! Der Berg wird gesprengt! Daher das große rote X! Drück doch mal! Okay, alles klar! Warte, willst du näher hingehen? Ja, ich bin schon näher dran! Nicht so nah, Flo! Yes, jetzt seh's! Was hier so? Das TNT sprengt den Berg, das kommt aus dem Nichts! Und Jungen, hier ist noch ein neuer Maseretti! Der noch nicht im Pool ist! Den nehme ich! Damit lass ich dich jetzt nicht mehr fahren! Oh, ich ja! Ja stimmt, richtig groß einfach alles. Ja cool, alles klar Leute, dann würde ich sagen, das war hier unsere Hacker-Menschen, wir haben uns das Ganze heute auf jeden Fall einmal angesehen. War sehr neu. Wieso Flo, was willst du von mir? Nein. Nein, 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 nein. Flo, warte. Und zack. Was passiert? Dann schlag mich einmal mit dem Schwert. Habe ich ja. Alles klar. Gut, Freunde, schaut auf jeden Fall bei Flo vorbei. Das war es hier mit diesem Video. Jetzt sind wir beide tot. Hast du wirklich wunderbar gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und das da la pasta. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.